damit willkommen zurück auf meinem kanal ich heiße kritscher und heute gucken wir uns bang bang barrage an ein local multiplayer bzw blitz screen koop spiel welches man auch über remote play together spielen kann und es soll ein sowas ähnliches wie ein twin stick shooter bloß halt aus einer doch ist ja auch isometrische perspektive und laut spiel erlaubt sich laut entwickler nicht weil das ein roguelike spieler sein deswegen gucken wir uns das jetzt zusammen mal an so und dann bist du schon kannst du ja okay so also wir haben hole wir haben eine shotgun wir haben ein wasser ist und danach haben wir irgendeinen alien blaster dann haben wir noch nicht freigeschaltet beziehungsweise da das die demo version ist gibt es noch nicht kann nur hier an lock up und full version release also water blaster können wir auch nicht wir können eine pistole spielen wir können eine pistole das haben wir die schossen zurück warte vorsicht vorsicht alter ist das kann das sein dass das lege ist oder fühlt sich das nur so an jedes mal wenn ich schieße ist das so ein ganz komisch nur wenn man gegen eine wand landet also ich steuere und du schießt keine muni mehr doch warte oh mein gott warte ich steuere einfach diesmal den warte ich hab den hier aber ich muss nachladen ich muss nachladen warte mal warte mal wir holen uns diese diamanten weiß warte ich bleib nach es gibt auch ein aim assist wie machst du das jetzt automatisch ne das ist weil du controller hast ja ja warte top ok lass mal n shop lass mal n shop warte jetzt wieviel haben wir 7 mehr leben wollen wir mehr bullets haben ähh ja koin und mehr leben was an die kennst du dich war ja auch im nintendo ds und 3d erst gab es für solche spiele wo du eigentlich nur mini games gespielt hast die waren alle eigentlich nicht cool ich meinte rotator oder wie das heißt rotator ja das kenn ich auch ja hab ich auch nie gespielt ist ja kostenlos für das handy so echt meine ich also genauso wie es auch kostenlose netflix gibt y-axis teleport das ist witzig ich muss nachladen ich muss nachladen das ist ja cool das ist aber nicht richtig richtig gutes spiel prinzip also nachladen ist eigentlich so viel wichtiger also schnelleres nachladen das ist viel wichtiger als ich denke dass mehr patronen zu haben finde ich aber die sollten die sind das ding ist aber meine affairs droppen nicht das ist anscheinend mit absicht so gemacht weißt du was ich meine also dieser lag aber ich finde es komisch das ist voll unnötig erst mal zu den dings ich muss nachladen denn jetzt wollte ich mal gehen ja ich habe keine ahnung was das heißt ich habe keine ahnung was das heißt da reload speed was manchmal reload speed ja aber reload speed weniger nein 16 achso naja aber das war wenn man ein leben hat keine ahnung das ist mit den kombos probieren ich muss auch nur noch ein leben ich habe zwei leben ich habe drei leben meine ich verloren meine ich so oh my god ja gut ich wollte es ausgleichen da hat jemand ein herz das ist doch egal ich habe ich muss nachladen Okay, mal den hier. Nice. Das ist ein Robo. Ach du, oh lul. Ja, das wird sich. Ja, ja. Lass das holen. Nice. Sehr gut, wir haben volles Leben wieder. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Nachladen. Äh, holen wir das Leben da oben. Lass mal shoppen, lass mal shoppen. Warte, erstmal Leben holen. Oh, ich muss nachladen, nachladen. Vorsicht. Ey, scheiße. Müssen wir noch nachladen. Äh, Stopp ist nicht mehr da, ne? Lass da oben holen. Nice. Lass die jemanden holen. Nice. Lass die jemanden holen. Wir brauchen Leben nicht. Lass die jemanden holen. Lass die jemanden holen. Ja, ich muss nachladen. Ey, kommt mal langsam der Shop oder was ist hier los? Weißt du? Lass Leben. Okay. Hol mal Leben und dann lass den Shop kommen. Nice. Reload Speed. Ja, Reload Speed. Oh, der ist aber ganz schön teuer. Oh, der ist aber ganz schön teuer. Reload Speed. Reload Speed. Die müssen schnell killen, weil die können schießen. Ja. Ich nehm den unten rechts. Links oben. Habe ich. Rechts oben. Habe ich. Rechts oben. Habe ich. Nichts? Lass. Nachladen. Hab ich. Da stimmst du auf,beiter. Alternativ. Evidential. integral abfl podíazugehen. was ist das was ist das so das zum shop was zum shop schnell 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 naja du schießt jemanden an und ja eigentlich das ist glaube ich weil ich meinen zweiten bildschirm anhab und der halt in den mittelskunden tag austrock weil ich an den rand blicke muss nach nein wir machen nur noch scheiße müssen die abschließen das ist nur noch ein lebender vorsicht vorsicht ich würde sagen plus 3 leben oder ja ich würde sagen alles außer das 2 16 wo haben wir jetzt plus erleben das war schlecht sagen diese plus 3 89 absolut ist tot ja ich habe wieder blick reparation Let's go. Okay, cool. Hey, Scheiße. Warte? Hä? Nee. Habe ich dich dann wiederbleiben. Das dauert, bis der Kreis wieder voll ist. Bei mir. Oh mein Gott. Du darfst nicht die ganze Zeit schießen, sonst lehst du nicht nach. Ja, aber wenn ich nicht die ganze Zeit schieße, dann kommen die mir hinterher. Du bist witzig. Du darfst nicht die ganze Zeit schießen. Du musst überleben. Komm, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Rechts kommen welche. Ja, nice, 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 nice. Nice. Ich hab mir Leben geholt. Da ist Leben. Oh mein Gott. Warte mal so ausgewickelt. Eins, so. Ach so, ganz toll. Stopp. Oh mein Gott. Okay. Einfach das Link, oder? Ja. Oh mein Gott. Hä? Was ist das? Nein. Oh, jetzt hab ich dich eingeliegt. Ja, ich bin da auch gerade rein. Hä? Was war das denn? Aber ich will mich gerade. Alter. Ich muss überleben. Unders, da sind ich ausgewickelt. Oh mein Gott. 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 Ich muss nachladen. Rechts kommt einer. Ich muss nachladen. Oh mein Gott. Ach, heilige Scheiße. Da ist eine Brucht links. Ich bin wieder da. Oh, geil. Oh, holy shit. Komm, Leben holen. Jawohl. Jetzt machen Leben. Oh. EIN. Oh mein Gott, der muss. Sie sind voll durchgefahren. Das war ich. Keine Ahnung, was das war. Ich nehme rechts unten. Okay, shop, komm. Ja, bloß 3 HP hat nichts gebracht. Keine Ahnung, probieren wir nochmal. Doch, das ist, wenn du... Ach so. Naja, du kannst ja auch was wählen, genau. Soll ich wieder Speed machen? Ja, wie du willst. Ich hätte ja das andere gemacht. Hier, das wäre genau, aber ist egal. Na, wir haben ja fast nie so hohe Kommus. Hol das Leben, hol das Leben. Komm, 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 du. Da unten, komm. Hol mal. Nice. Noch ein Leben holen, komm. Du musst nachladen, du musst nachladen. Ich auch. Ich bin sch... Du bist schade. Der wird jetzt leben. Oh mein Gott. Ständig? Nein. Also immer wieder. Das war gerade so sehr unnötig. Oh mein Gott. Also immer. Eh? Oh mein Gott. Ich schau mal an ihn. Ah, was? Ok, hahaha. Yo, final. noch ein bisschen doch ein bisschen das shoppen das shoppen leben ja hier let's go reloads geht einfach ach so siehst du das du kaufst das alles guck mal bei mir, guck mal bei dir äh ich frage mich schon, wieso ist bei mir alles so scheiße hier oh ist das gut ich dachte mir kommt das für uns gemeinsam ich glaub auch, aber anscheinend nicht wie war das nochmal? zwei Sitzende in dem Boot ich hab immer irgendwie acht Buffs und du hast zwei oder so äh wie ist denn sein scheiß wie sollen wir den besiegen? warte ich weiß wie wir den besiegen sobald er in der Nähe von einem ist müssen wir das anschließen warte jetzt zum Beispiel da siehst du, hast du gesehen? ne warte jetzt da da genau das oh mein Gott ist das success ich hab auch nicht gezielt, ich hab versucht das Boot zu steuern ja nice oh ne mach mal ja ok ne mach mal ich glaube ich kann das Charakter noch wechseln ich muss aber diese Punkte sammeln Pirate, Clown der Monk ne gut das kann man auch nicht auswisten, das ist alles für Vollversion ja ist halt ne Demo das ist auch okay für ne Demo echt ne coole Idee kann man nichts sagen ja gut dann reich das mal ab wouldn't ne es nicht ab sch schon sie ja gu ja